Ich habe jetzt mal die Location geändert, ich habe mich hier einfach mal umgekippt und mal so im Durchschnitt eruiert, wer hier Übergewicht hat und wer nicht. Und wie drauf war, zeigen wir dann ab einem gewissen Alter ganz wesentlich mehr dazu. Und ich denke, das hat zwei Gründe. Erstens gibt es ein gewisses Alter, ab dem der natürliche Bewegungsdrang, den ein Mensch hat, dann immer mehr dazu übergeleitet wird, Zigaretten zu drehen, zu ziehen, zu rauchen, was auch immer. Und zweitens führt es dazu, dass je stärker die Sucht fortschreitet, immer dann, wenn man nicht rauchen kann, das ist ja immer mehr der Fall, irgendwas zu knabbern, zu lutschen, was natürlich viele, viele Kalorien hat. Und deswegen, lasst den Scheiß, es lebt sich besser ohne. Und Ringelnerz hat mal gesagt, die schlimmsten Kritiker der Erche, warum früher selber welche, da hat er in meinem Fall absolut recht. Ich bin den Drecks seit 2009 groß, ich bin sehr froh darüber und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch schafft. Toi, toi, toi.